Teil 2 Stiles hatte ihm die Erlaubnis gegeben, also wollte Derek sich nicht weiter zurückhalten. Er zog Stiles auf die Beine, ließ seine Hände los, nur um ihn noch fester an sich zu drücken. Ungewollt stöhnte Stiles in den Kuss. Ein angenehmer Schauer zog sich über seinen Körper. Dereks Wärme strahlte auf ihn über und jeder noch so kleine Schmerz war fort. Stiles spürte nichts mehr außer Dereks Lippen, seine Hände und der wachsenden Erektion, die sich immer wieder an seinen Beinen rieb. Dereks Hände glitten seinen Rücken hinab und verschwand unter dem Bund der Jogginghose. Stiles versuchte sich die ganze Zeit über zusammenzureißen, die Situation im Überblick zu haben und die Kontrolle nicht ganz abzugeben. Doch als Derek ihm den Pullover über den Kopf schob und an seinen Haaren zog, um Stiles Kehle freizulegen, war es auch um Stiles Beherrschung dahin. Dereks Lippen brannten auf seiner Haut. Verlangend krallte Stiles seine Hände in Dereks Haare und presste ihn stärker gegen sich. Seine eigene Erektion wurde immer härter. Als Derek seine Hüfte mit einem Ruck zu sich zog und ihre Mitten aufeinandertrafen, entfuhr Stiles erneut ein raues Stöhnen. »Schlafzimmer?«, fragte Derek. »Schlafzimmer?«, nuschelte Stiles und ließ sich von Derek aus dem Bad schieben. Er wusste bereits, was passieren würde und war trotzdem aufgeregt. Er achtete gar nicht auf seine Umgebung. Zu spät bemerkte er, dass er bereits vor dem Bett stand und anstelle eines weiteren Schrittes fiel er rücklinks aufs Bett. Vielleicht hatte Derek das sogar beabsichtigt. Er ließ seinen Blick über Dereks Körper wandern. Er war schön, anders konnte man es nicht nennen. Aber auch das war Stiles nicht neu. Derek hielt der Musterung stand. Mehr noch, er ließ auch ohne zu zögern seine Jogginghose von der Hüfte rutschen und ermöglichte Stiles freie Sicht auf alles. »Dir mangelt es definitiv nicht an Selbstbewusstsein,« bemerkte Stiles. »Sollte es das?« Derek blieb weiter vor dem Bett stehen. Er genoss die Aufmerksamkeit. Zumindest diese Art von Aufmerksamkeit. Auf die Auseinandersetzungen der letzten Zeit könnte er durchaus verzichten, aber dann hätten sie sich vermutlich gar nichts mehr zu sagen. Stiles setzte zu einem Kopfschütteln an, vermied es dann jedoch zu antworten. Derek brauchte auch keine Antwort. Es war mehr als eindeutig, dass Stiles gefiel, was er sah. Der Werwolf lehnte sich langsam über ihn, ohne auch nur einmal den Blickkontakt abbrechen zu lassen. »Ist dir noch kalt?«, fragte er. »Nein.« Stiles schüttelte den Kopf und legte eine Hand in Dereks Nacken. »Tut dir noch irgendetwas weh?« Lächelnd über die Fürsorge zog Stiles ihn näher. »Mir geht's gut,« flüsterte er. Er richtete sich ein Stück auf und umschloss Dereks Lippen mit seinen. »Gleich geht's dir noch besser,« prophezeite Derek. Stiles musste lachen und ließ von ihm ab. Sofort nutzte Derek die Gelegenheit, um auch Stiles von seiner Hose zu befreien. Als Derek dann auf ihn zum Liegen kam, wurde Stiles ganz heiß. Er war sich nicht sicher, ob Derek diese Hitze ausstrahlte oder ob es an dem Hautkontakt lag, aber er hatte das Gefühl, seine Körpertemperatur stieg stetig an. Als Derek dann noch begann, über sein Schlüsselbein zu streicheln und immer wieder sanfte Küsse in seinem Gesicht zu verteilen, hatte Stiles endgültig das Gefühl, in Flammen zu stehen. Das war vielleicht noch intimer als Sex. Stiles genoss die Nähe, die Vertrautheit und vor allem die Geborgenheit. Es kam ihm plötzlich so surreal vor, dass sie sich die meiste Zeit anfeindeten. Derek bewegte leicht seine Hüfte, rieb dadurch ihre Erektion aneinander und stöhnte auf. Er küsste ihn, erst langsam, dann immer wilder, je schneller er seine Hüfte bewegte. Er wollte es so lange wie möglich hinauszögern, aber Stiles Verlangen stieg. Er wurde unruhiger und warnte sich unter Derek. Der Werwolf ließ von seinen Lippen ab und wanderte tiefer. Auf dem Weg nach unten berührte er so viel Haut, wie es ihm nun möglich war. Hinterließ auf dem ganzen Oberkörper seinen Geruch und kleine Markierungen. Vor allem aber ließ er Stiles erzittern. Viel zu lange war es her, dass er ihm so nah sein konnte. Er wollte ihm gerne Erlösung verschaffen, doch für sich selbst wollte er es hinziehen. Das, was danach sein würde, war ungewiss. Sie könnten in dasselbe Muster zurückfallen, in dem sie sich bereits befanden. Derek? Stiles versuchte inzwischen schon selbst, den Kopf des Alphas runterzudrücken. Hatte der Kerl denn keine Ahnung, wie es sich anfühlte, wenn man dermaßen erregt war und es einfach nicht weiterging? Ich kann nicht mehr. Doch Derek ließ sich nicht beirren. Er machte quälend langsam weiter. Ich will dich, stöhnte Stiles und bog den Rücken leicht durch. Irgendwie musste er Derek animieren können, schneller zu machen. Tatsächlich ließ der Alpha von ihm ab und sah ihn an. Ich will dich, wiederholte Stiles. Ich will deine Nähe. Ich will dich spüren. Jetzt! Es war noch nicht einmal gelogen. Stiles fühlte sich, als hätte er ein lang gehütetes Geheimnis ausgesprochen. Es war irgendwie erleichternd. Sehr zu Stiles Missfallen kam Derek wieder hoch. Er küsste ihn so sehnsüchtig, dass es schon wieder entschädigte. Doch Stiles' Verlangen nach Dereks Nähe wuchs. Er klammerte sich geradezu an ihn. Die Hand des Wolfes glitt tiefer, fuhr den Weg nach, den seine Lippen gezeichnet hatten, nur schneller. Dann glitt sie zwischen Stiles Beine und umfasste seine Härte. Stiles seufzte erleichtert. Das Ziehen in seinen Leisten intensivierte sich viel zu schnell. Es war ihm schon ein wenig unangenehm. Allerdings hatte Derek seinen Teil dazu beigetragen, denn durch sein Verhalten war der letzte Körperkontakt dieser Art ein halbes Jahr her und hätte genau an diesem Ort stattgefunden. Derek, warte! Stiles wollte es noch aufhalten, aber der Werwolf hörte nicht auf. Im Gegenteil, er zog das Tempo etwas an und rieb fester. Stöhnend kam Stiles in seine Hand. Das Gefühl, das Dereks Hand ausgelöst hatte, war berauschend, aber nicht ganz das, was Stiles gewollt hatte. Das heißt ja nicht, dass wir fertig sind, raunte Derek und rollte sich zur Seite. Der Geruch, der Anblick von Stiles, wenn er kam, war einfach zu verlockend. Obwohl Stiles sich nun viel lieber ausruhen würde, raffte er sich auf. Er setzte sich neben Derek und ließ eine Hand über den festen Oberkörper gleiten. Die Zeit, die er jetzt brauchte, sollte nicht einfach verschwendet werden. Ihm fehlte jedoch die Geduld, es so langsam wie Derek angehen zu lassen. Sehr früh am Morgen erwachte Stiles. Derek lag neben ihn, er atmete ruhig, als schliefe er noch. Die Bettdecke reichte ihm gerade so bis zur Hüfte. Stiles Herz begann etwas schneller zu schlagen, aber er verbot es sich, auch nur eine Sekunde länger auf dem schlafenden Wehrwurf zu starren. So leise wie möglich stand er auf, nahm sich die Sachen, die Derek ihm gegeben hatte und zog sie über. Sein ganzer Körper schmerzte. Zu gern hätte er sich nochmal von Derek den Schmerz nehmen lassen, aber dann müsste er ihn wecken, und Stiles wollte nur eins, unbedingt verschwinden. Er schlich aus dem Luft und wagte erst auf die Straße, seine Schritte zu beschleunigen. Es war fast der identische Ablauf wie beim ersten Mal. Sie hatten Sex, und Stiles schlich unbemerkt weg. Diesmal blieb ihm nur das Geständnis eines Fehltritts erspart. Diesmal hatte er keine Freundin, die ihn deswegen verlassen könnte. Zu Hause angekommen, suchte er erst mal nach den Schmerztabletten. Ohne Derek hatte er sie bitter nötig. Zum ersten Mal seit gestern Abend sah er sich im Spiegel. Seine Platzwunde hatte den Durchmesser eines Tennisballs. Kein Wunder, dass sein Kopf so schmerzte. Dass er keine Gehirnerschütterung hatte, war ein Wunder. Nach einem Abstecher in die Küche legte er sich in sein Bett. Die Sonne ging gerade erst auf. Sein Vater schlief noch seelenruhig, weil er dachte, sein Sohn wäre bei Scott, wie immer. Doch diesmal war Stiles bei Derek gewesen. Er hatte wieder mit ihm geschlafen, und diesmal stand es anders zur Sache. Beim letzten Mal hatte Malia ihn verlassen, und Stiles hatte Derek die Schuld gegeben. Er war wirklich wütend auf den Werwolf gewesen. Jetzt war er einfach nur durcheinander. Derrick wachte mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Ein prüfender Blick bestätigte seinen Verdacht, dass die andere Seite des Bettes leer war. Derrick hatte es geahnt, und trotzdem hatte er die naive Hoffnung gehabt, es könnte anders sein. Seufzend stand er auf. Das bedeutete dann wahrscheinlich auch, dass er Stiles die nächsten Tage nicht zu Gesicht bekommen würde. Er zog seine Hose über und verließ das Schlafzimmer. Isaac war bereits wach und starrte Derek mit undefiniertem Blick an. Was ist, krummelte Derek. Du und Stiles, deutete Isaac an, aber Derek tat ihm nicht den Gefallen, weiter zu sprechen. Es riecht hier komisch. Aha. Derek störte sich nicht weiter an der Aussage und ging in die Küche. Eigentlich riecht es nach Sex, verdeutlichte Isaac. Schön. Derek öffnete einen der Schränke und holte eine Tasse heraus. Falls Isaac hoffte, er würde es erklären und weiter ausführen, hatte er sich getäuscht. Und was bedeutet das jetzt? Wo ist Stiles? Wollte der Beta wissen. Er ist vermutlich zu Hause und alles andere geht dich nichts an, antwortete Derek genervt. Isaac gab ein Abschätzung laut von sich, stand auf und verschwand in seinem Zimmer. Er wollte nicht wirklich Details aus Dereks Sexleben hören, aber diese Sache zwischen ihm und Stiles belastete mittlerweile das ganze Rudel. Acht Tage dauerte es, bis Stiles Derek wieder unter die Augen trat. Acht Stunden, bis er das erste Wort wieder an ihn richtete und innerhalb von acht Minuten stritten sie sich wieder. Scott und der Rest des Rudels nutzte die erste Möglichkeit zu verschwinden. Bevor auch Stiles ging, warf er Derek noch eine Sache entgegen. Stiles, warte. Derek lief ihm hinterher. Ich hab das letztens ernst gemeint. Das kann nicht so weitergehen zwischen uns. Tja, dann... Stiles presste die Lippen aufeinander. Sollten wir solche Aufeinandertreffen in Zukunft vermeiden? Das Problem ist nicht, dass wir Sex hatten, sondern dass wir keinen mehr haben. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Verärgert ließ Derek ihn stehen. Musst es denn jetzt wirklich ablaufen wie beim ersten Mal? Er hatte keine Lust mehr auf dieses Hin und Her. Stiles sah ihm verdutzt nach. War der Kerl jetzt total verrückt geworden? Oder sei das wirklich so? Ein paar Tage später fanden sich alle in einer ihnen nur zu gut bekannten Situation wieder. Derek und Stiles diskutierten, obwohl es nichts zu diskutieren gab und die Betas saßen mittendrin. Mein Gott, rief Isaac plötzlich und stand auf. Derek hat recht. Das Problem ist, dass ihr keinen Sex habt. Also bitte, vögelt und dann könnt ihr uns wieder anrufen. Der Beta stand auf und marschierte zur Tür und riss sie auf. Kommt ihr? Die anderen Betas folgten ihm irritiert. Nur Scott drehte sich noch einmal um. Sorry, aber er ist schon den ganzen Tag so angespannt wegen euch. Dann verließ auch er das Loft. Derek war noch immer an seiner Bewegung erstarrt. Du hast es ihm erzählt? Fragte Stiles aufgebracht. Red kein Schwachsinn. Er wird es wohl eher gehört haben. Derek redete sicher nicht mit jemandem über Privates aus seinem Leben. Schon gar nicht über solche privaten Sachen. Okay, weißt du was? Wir machen einfach weiter, wenn sich der Haufen beruhigt hat. Ich gehe so lange nach Hause. Stiles wollte es gar nicht erst riskieren, dass die Situation unangenehm wurde. Und das würde sie wohl oder übel werden, wenn sie darüber nachdenken würden, was Isaac gesagt hatte. Er drehte sich um, die Tür fest im Blick. Hier geblieben. Derek packte sein T-Shirt und zog ihn zurück. Das geht so nicht weiter. Wieso nicht? Läuft doch prima. Stiles versuchte sich loszureißen. Als Stiles seine Gegenwehr ein wenig aufgab, ließ Derek seine Hände an seinem Körper hinabgleiten. Stiles schloss die Augen. Wieso fühlte sich das so gut an, wenn er das doch eigentlich nicht wollte? Dereks Lippen pressten sich an seinen Hals und Stiles seufzte. Wollte er das wirklich nicht? Ein ernst gemeintes Wort und ich höre auf. Haunte Derek gegen seine Haut. Dann lass es. Sagte Stiles zittrig. Der Werwolf jedoch machte einfach weiter. Hey, du hast gesagt... Stiles wollte sich wieder wegdrehen, aber Derek hielt ihn. Ich sagte ein ernst gemeintes Wort, erklärte der Werwolf. Stiles wollte etwas erwidern, doch er konnte Derek nicht unterstellen, dass er gegen seinen Willen handelte. Es kam ihm eher so vor, als würde er selbst gegen seinen Willen handeln. Derek ließ sich nicht verunsichern. Er berührte Stiles weiter, auch wenn dieser sich nicht rührte. Du erregst mich, stellte Stiles mehr für sich selbst fest. Die Beule in seiner Hose war kaum zu ignorieren und sonst war jede Faser seines Körpers gerade sehr sensibel. Jede von Dereks Berührung jagte ihn wie ein Stromstoß durch den Körper. Ich weiß, sagte Derek mit rauer Stimme und drückte sich an ihn. Stiles spürte seine Erektionen nur zu deutlich. Er lehnte sich etwas stärker gegen ihn und stöhnte auf, als die Hände des Alphas zwischen seine Beine glitt. Er war kurz davor gewesen, sich fallen zu lassen, es geschehen zu lassen. Die Stimme in seinem Kopf, die ihm immer wieder ermahnte, es nicht zu tun, wurde jedoch plötzlich so laut, dass Stiles sie nicht ignorieren konnte. Er riss sich von Derek los und sah ihn wütend an. Mir ist völlig egal, ob es in deinen Werwolfsohren nun ernst gemeint klingt oder nicht. Ich will es nicht, okay? Also lass mich! Unbeholfen zupfte er am Saum seines T-Shirts und lief dann schnurstracks zur Tür. Er wollte nicht, dass es ein drittes Mal passierte. Er wollte nicht nochmal die Kontrolle über alles verlieren. Derek starrte entgeistert zur Tür. Dass das passieren würde, hatte er nicht kaum sehen. Er war sich verdammt sicher gewesen, dass Stiles sich erneut auf ihn einlassen würde. Mit dieser Zurückweisung musste er erstmal zurechtkommen. Stiles und er hatten zwar nicht das beste Verhältnis zueinander, aber trotzdem hatte er ihn nie abgewiesen. Die unangenehme Enge in seiner Hose holten ihn zurück in die Wirklichkeit. Seine Erektion pulsierte und schrie nach Aufmerksamkeit, obwohl niemand mehr da war, der sich darum kümmern könnte. Seufzend drückte Derek dagegen. Dann würde er sich wohl selbst drum kümmern müssen. Er öffnete seine Hose und ließ seine Hand hineingleiten. Wie oft hatte Stiles ihn schon verführt, das zu tun. Diesmal hat er ihn dazu genötigt. Die nächsten Tage verliefen für Stiles nicht so wie gewünscht. Er hätte das mit Derek gerne vergessen oder verdrängt. Obwohl nichts passiert war, konnte er das nicht. Mehr noch, er sehnte sich nach der Nähe des Alphas. Er wollte Dereks Hände auf seiner Haut spüren und seinen vertrauten Geruch einatmen. Er wollte ihm in die Augen sehen, ohne Angst. Denn genau die hatte er und er versuchte stets, sie hinter Ablehnung und Provokation zu verstecken. Dass jede Phase seines Körpers nach Derek verlangte, passte nicht zu seinen Zukunftsplänen. Zumindest hatte er sich seine Zukunft nie mit einem Mann vorgestellt. Wie würde sein Vater reagieren, wenn er das herausbekam? Was würde Scott und der Rest des Rudels sagen, wenn sie wüssten, warum Malia ihn damals verlassen hatte? Bei diesen Gedanken spannte sich Stiles Körper an. Er wollte das nicht. Nur weil sein Körper gerade eine Phase durchmachte, in dem er mehr Interesse am eigenen Geschlecht zeigte, hieß es ja nicht, dass er so bleiben würde. Bevor er Derek näher gekommen war, hatten ihn nur Frauen interessiert. Er war in Lydia verliebt gewesen, dank Amalia. Stiles ganzes Leben hatte sich irgendwann nur noch darum gedreht, eine Freundin zu finden. Gut, die Sache mit den Wehrwürfen war dazwischen gekommen, aber trotzdem konnte sich dieser Wunsch doch nicht in Luft aufgelöst haben. Je mehr er sich einredete, kein Interesse an Derek zu haben, desto schlechter fühlte er sich. Jedes verdammte Aufeinandertreffen wurde zur Qual. Er wusste schließlich, dass Derek ihm geben würde, was er wollte. Er musste es nur deutlich genug zum Ausdruck bringen, und genau das konnte er nicht. Immer wieder tauchte der Gedanke in seinem Kopf auf, dass er seinem Vater nicht auch noch das zumuten könnte. Am liebsten würde er sich von Derek fernhalten. Das klappte nur bedingt, also versuchte er sich auf seine weiblichen Mitschülerinnen zu konzentrieren. Jede Frau, die ihm über den Weg lief, wurde von oben bis unten betrachtet. Stiles versuchte herauszufinden, was er an ihnen attraktiv fand. Je mehr er sich darauf konzentrierte, desto schwerer fiel es, ihm etwas zu finden. Es gab viele hübsche Frauen, aber das machte ihn nicht an. Er konnte ihren Körper nichts mehr abgewinnen. Dachte er hingegen an Männern, sah die Sache anders aus. Und dachte er an Derek, sah die Sache ganz anders aus. Er wollte es nicht. Er wollte nicht so leben. Er wollte nicht schwul sein. Und er hasste sich und Derek dafür, dass er sich diesem Willen in den Weg stellte. Er wollte nicht mehr, aber es hat sich nicht mehr gemacht, es hat sich und wie ich es noch nicht mehr veranlebt.